Moin Moin, ein zwei Worte vom Hermann zu diesem Gemüse Obst Set, das wir von unseren Neffen geholt haben. Das ganze ist hier noch ein bisschen eingepackt, aber trotzdem kann man das ja schon ganz gut beurteilen. Wir haben auch ein bisschen aufgemacht, aber im Moment kommt das ganze hier so relativ gut verpackt. Hier sind jetzt so Trauben. Man sieht hier ganz gut, das ist alles auch farblich geordnet. Hier ist alles rote, also Erdbeeren, Paprika, Tomaten, Orangen, Zitronen. Hier unten haben wir auch ein paar Geldmünzen mit drin und wir wollen uns jetzt erstmal, weil wir gucken wollten, ob das ganze überhaupt das ist, was wir wollen. Das grüne Set angeguckt und auch mal aufgepackt und da sind dann hier so unterschiedliche Sachen drin. Wir haben einmal diese Gurken oder wir haben hier auch die Erbsen und ja, im Endeffekt ist das dann einmal so die Zusammenstellung. Das ganze ist soweit aber sauber gearbeitet. Riecht auch nicht irgendwie komisch oder dergleichen und dementsprechend können wir das also, denke ich, ganz beruhigt an unseren Neffen weiter ergeben und der wird dann damit im Optimalfall seinen Spaß haben. Aber soweit können wir erstmal hier nichts beanstanden an der Stelle und ist ein ganz schönes und großes Set.